Einen schönen guten Tag ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Letzte Nacht war es soweit, der Investor Day stand vor der Tür. Ich habe ihn live mitverfolgt, das war ja in Austin in Texas und ich möchte euch einfach mal die ganzen Highlights sagen. Ich möchte euch auch sagen, ob meine Erwartungen an das Event einfach vielleicht ein bisschen zu hoch waren oder auch zu niedrig, aber ich glaube eher zu hoch, ihr wisst wie ich bin. Und ich möchte euch ein paar Bilder zeigen vom Cybertruck, von der fast finalen Version. Außerdem sprechen wir über den Masterplan 3, was meint Elon damit und generell die ganzen, was so ein bisschen aus der ganzen Präsentation heraussticht. Was kann man da mitnehmen, Wireless Home Charging oder auch die Next Gen Fahrzeuggeneration. Darüber müssen wir sprechen, nach dem Intro geht's los. Ganz grundlegend mal zusammengefasst, der Masterplan 3, den Elon und das ganze Team vorgestellt hat auf den Investor Day, geht eigentlich nur darum, dass man den Weg schaffen möchte von fossilen Brennstoffen hin zu nachhaltiger Energie. Das ist eigentlich erstmal jetzt der Hauptgrund. Und dieser ganze Investor Day, das habe ich jetzt auch gelernt, diente wirklich auch den Investoren und nicht den Endkunden. Das bedeutet, meine Erwartungen, die ich hatte, also was habe ich erwartet, sage ich euch kurz. Ich habe erwartet, dass da der Optimist, also der Tesla-Roboter rumspringt und tanzt. Ich habe erwartet, dass wir das Model 2 sehen oder dieser Kleinwagen von Tesla. Das ist auch nicht passiert. Ich habe einfach zu viel aus Endkundensicht erwartet. Das muss ich echt so sagen. Das bedeutet, am Ende, ich bin nicht enttäuscht oder so, aber es war jetzt nicht so ein Event für uns, für uns Tesla-Jünger, sage ich mal. Das war wirklich ein Event für Investoren. Bevor wir jetzt aber tief einsteigen, habe ich zwei Punkte für euch. Einen positiven Punkt und einen negativen Punkt. Das muss ich jetzt einfach mal ansprechen. Und zwar der positive Punkt, das hat jetzt nichts mit Investor Day zu tun, aber das will ich euch kurz mitteilen. Könnt ihr euch erinnern, in China war doch vor ein paar Monaten ein Model Y, was unkontrolliert auf der Straße gefahren ist. Ihr könnt euch sicher daran erinnern, das Ganze wurde jetzt aufgeklärt und der Report, also der Bericht zu der Aufklärung steht jetzt fest. Und was ist? Genau, es wurde keine Bremse betätigt und das Gaspedal wurde die ganze Zeit zu 100% durchgedrückt. Das bedeutet, der Tesla hat keinen Fehler gemacht, das Fahrzeug hatte kein technisches Problem. Punkt Nummer zwei, wo ich mich jetzt bei euch entschuldigen möchte. Und zwar, ihr wisst, ich bin manchmal sehr euphorisch und das war ich auch Ende des Jahres zu dem Video mit den Ultraschallsensoren. Ich war echt hart der Meinung, dass Tesla alles gibt, um dann im Januar, vielleicht jetzt Februar die Lösung zu liefern. Aber was ist passiert? Wir haben jetzt schon März und wir haben immer noch keine Lösung für die Fahrzeuge, die ab Oktober produziert wurden, da die ja keine Ultraschallsensoren haben. Was meine ich da mit Tesla Vision? Wo bist du? Und das war vielleicht von meiner Sichtweise ein bisschen naiv oder zu euphorisch. Das muss ich echt sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen nicht enttäuscht, aber so, ja, ich finde es schade. Ich finde es einfach schade, weil ich weiß, die Leute brauchen Ultraschallsensoren oder zumindest ein System, was die mal sagt. Hier, da ist ein Hindernis und so weiter. Von daher tut es mir leid, Leute, dass ich da zu euphorisch war. Ich hoffe, ich bete drum, dass im März endlich dieses Update kommt und auch die Leute dann ohne Ultraschallsensoren endlich vernünftig fahren können. Kommen wir jetzt aber mal zum Investor Day. Der Investor Day war in Texas. Das bedeutet in der Gigafactory Austin. Wir haben aktuell auf der Welt vier Stück, vier Gigafactories. Europa, Shanghai und zwei in den USA. Und es ist so, das Tesla Event war komplett anders diesmal als wie die Events, die wir kennen. Das bedeutet, die ganzen Mitarbeiter von Tesla in der Factory wurden heimgeschickt für den Tag. Also da war wirklich nichts los, absolut Stille. Es waren nur die Investoren da. Und das hat einige Mitarbeiter auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, verprellt. Weil normalerweise ist das ein Team-Event und alle dabei. Und ihr wisst, wie es ist. Guckt mal oben in Brandenburg, was da los war. Oder auch bei den anderen Gigafactories. Da waren immer die Mitarbeiter dabei. Diesmal nicht. Und das hat einige ein bisschen verwundert und waren dann schockiert. Das weiß ich daher, weil ich vor dem Event in einer Twitter-Gruppe war, wo einige Tesla-Jünger aus USA, richtig kranke Typen, muss ich echt sagen, mit am Start waren. Und haben da ein bisschen so aus den Nähkästchen geplaudert. Daher die Information. Im Eingangsbereich stand dann ein Semi, wo der Auflieger eine richtig geile Lackierung hat. Blende ich euch mal ein. Da seht ihr auch den Optimus, wie der an den Fahrzeugen im Prinzip rumschraubt. Das heißt Maschinen bauen Maschinen. Das ist ja der Leitsatz von Elon. Und außerdem stand dann noch Model S, 3X und Y rum. Und wir hatten noch zwei Model Y aus der Gigafactory in Berlin. Warum? Weil wir in Deutschland bauen ja schon die zwei neuen Farben. Das heißt Midnight Cherry Red. Das ist eine echt sehr, sehr sexy Farbe. Die kommt jetzt im Laufe des Jahres bei uns auch, dass wir die ausgeliefert bekommen. Und Quicksilver. Und da wisst ihr jetzt schon mal Bescheid. Das heißt, der Eingangsbereich war schon mal schön präsentativ, ja ich sag mal dekoriert. Außerdem haben wir noch einen Cybertruck am Eingangsbereich gehabt, der sehr, sehr nah der finalen Serienversion im Prinzip nahe kommt. Das seht ihr auch an den Seitenspiegeln, blende ich euch auch gerade mal ein. Nur mal zur Erinnerung, wir hatten beim Cybertruck 1,5 Millionen Vorbestellung. Das ist doch krank. Das bedeutet, ich möchte jetzt mal kurz über den Cybertruck sprechen, weil das ist ja auch ein Markt, den Tesla jetzt erschließen muss und der auch wichtig für uns Investoren ist. Deswegen kurz einen Blick reinwerfen. Der Cybertruck, der dort stand, hatte bereits die HW4 verbaut, die neue Hardware. Und man kann gut erkennen, dass wir in der Front, im Frontbereich vorne an der Frontschürze auch eine kleine Kamera haben. Das war ja auch das Thema, oh jetzt werden unsere Model Y und Model 3 jetzt alt, weil durch die neue HW4 kommen neue Kameras dazu und so. Da muss man erstmal abwarten, wo die überhaupt landen. Ob die im Robotaxi landen oder ob die im Cybertruck nur landen und so weiter. Also erstmal eine entspannte Geschichte und dann gucken wir mal weiter. Wir sehen außerdem Bilder aus dem Innenraum. Wenn ihr mal genau hinschaut, guckt euch mal das Lenkrad an. Das Lenkrad ist komplett, also so haben wir das noch nie bei Tesla gesehen. In der Twitter-Gruppe haben sie so ein bisschen rumgesponnen und haben gesagt, das ist das Cyborg-Wheel oder das Yoke 2.0. Also die Jungs waren recht krank auch getroffen, das muss ich echt sagen. Die haben da sogar ein Trinkspiel noch draus gemacht. Zum Beispiel, ja, wenn Elon jetzt für jede Minute, die Elon zu spät kommt zum Event, müssen wir einen Shot trinken und so. Also recht kranke Typen, finde ich sehr geil. Wir sehen das Luftfahrwerk. Blende ich auch gerade mal ein schönes Bild ein. Da seht ihr diesen Zylinder. Und der Sandy Munro, der muss wohl auch dort gewesen sein vor Ort. Und hat direkt gesagt, er hat noch nie ein so großes Luftfahrwerk gesehen, diesen Zylinder. Selbst beim Dodge Ram ist der deutlich kleiner. Also da wisst ihr, was auf uns zukommt. Und wir haben in der Windschutzscheibe dann, wenn wir mal genau hinschauen, so zwei Schlitze gehabt, so zwei Öffnungen. Da ging dann schon die Spekulation in der Twitter-Gruppe los. Ja, was könnte das sein? Nein, es könnte sogar sein, dass das Rolldach, was hinten auf der Ladefläche ist, dass das dann nach oben hin reinfährt. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht nach unten dann, hinter die Fahrerkabine, sondern direkt nach oben in das Dach rein. Das wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken, was da im Final bei rauskommt. Außerdem, jeder Investor, der auf dem Event war, hat ein schönes Badge erhalten. Hier jetzt so zum Umhängen. Das hat man in der Gigafactory Berlin ja damals auch. Und ja, will ich euch auch nicht vorenthalten. Zeige ich euch auch gerade mal ein Bildchen. Ansonsten kommen wir jetzt wirklich mal zu dem Event. Ich gucke hier mal auf meine Liste drauf. Elon war halt wirklich wichtig zu zeigen, wie schaffen wir den Weg wirklich von den fossilen Brennstoffen weg zu erneuerbaren Energien, zu Nachhaltigkeit. Das ist echt so dieses Credo von auch der ganzen Präsentation. Er hat auch wirklich nochmal gesagt, wenn man Rohöl zum Beispiel jetzt, ich sag mal hat aus Russland oder aus Saudi-Arabien und sowas, wenn man dieses rohe Produkt hat, bis final dann wirklich in das Endprodukt, da kommen von dem Startprodukt bis zum Endprodukt nur 20% an. Das bedeutet, der Wirkungsgrad von diesen fossilen Brennstoffen, der ist so unterirdisch. Das gleiche betrifft auch nochmal den Verbrennermotor. Das bedeutet beim Verbrennermotor, was ist das meiste, was da rauskommt? Das ist Wärme. Das ist Abwärme. Das ist kein hoher Wirkungsgrad. Und das hat Elon einfach auch nochmal klargestellt. Das bedeutet, wie kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass wir erneuerbare Energien für uns jetzt im Prinzip zu 100% haben. Das betrifft fünf Bereiche. Und zwar erster Bereich ist im Prinzip, dass wir Solarflächen bauen. Wir brauchen Solarkollektoren, wir brauchen Solaranlagen ohne Ende. Das ist aber gar nicht so viel, wie man denkt. Und zwar wird nämlich, um den ganzen weltweiten Strombedarf zu bedienen, nur 0,2% der Weltfläche, der Landfläche auf der Welt benötigt. Und außerdem brauchen wir Elektroautos. Massig Elektroautos. Wir sprechen außerdem über Robotaxi, über Kleinwagen. Wenn man die Grafik da reingeht, die ich euch jetzt gerade einblende, das sehen wir auch in dem Screen. Was ist denn da bitte auf der rechten Seite? Das sieht doch aus wie ein Robotaxi oder ein Tesla-Van. Wir wissen es nicht ganz genau. Und ganz rechts an der Ecke, das würde ich sagen, ist das Model 2 oder Model Q oder wie ihr es auch immer sprechen wollt. Das bedeutet, Kleinserie zu sehr günstigem Preis, dass auch die Mehrheit der Masse da draußen das Fahrzeug sich leisten kann. Das ist ja ganz wichtig. Elektroautos sind ja teilweise, obwohl mittlerweile haben wir fast eine Parität, aber Elektroautos sind ja doch noch recht teuer. Und im hohen Segment angesiedelt. Da kommt jetzt zwar der BYD Dolphin auf den Markt, aber ansonsten kleinwagentechnisch ist das sehr dünn, muss man jetzt mal so sagen. Die Renault Zoe kostet schon jenseits der 35.000 Euro. Das ist doch krank. Deswegen will Tesla da angreifen und versucht auch ein Fahrzeug für die Masse zu machen. Außerdem stand auf dieser Agenda noch das Wort Wasserstoff. Und ich so, oh nee, was will er denn jetzt mit Wasserstoff? Aber ganz wichtig zu verstehen, Ile meint damit zum Beispiel, dass man mit Hilfe von Wasserstoff zum Beispiel Stahl herstellt. Also große Anlagen bewegen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Und er hat auch nochmal klar gesagt, Wasserstoff ist keine Lösung für den Individualverkehr. Und der letzte Punkt ist natürlich, was sind auch noch große Fahrzeuge? Das sind Schiffe, das sind Flugzeuge. Und die müssen auch irgendwie dahin gebracht werden, dass die a. energieeffizienter sind und b. natürlich auch nachhaltiger. Das bedeutet, um das Ganze voranzutreiben, sind massiv Investitionen notwendig, dass wir Ile auch ansteuern. Und dafür gibt es ja auch gratis Investor-Event, wo dann die ganzen mit richtig, richtig Kohle auch entscheiden, ob sie in Tesla investieren und im Prinzip Geld geben oder nicht. So, und als letzten Punkt, was Ile noch gesagt hat, ist im Prinzip, er hat die Mineralien. Und er hat ganz klar nochmal betont, Lithium ist das kleinste Problem, was wir haben. Der Lithium, die Vorräte, die Bestände, die wir auf der Welt haben, die sind gigantisch. Also Lithium soll absolut kein Problem sein, wirklich. Und weil das ist ja auch immer ein Irrclub, das Lithium und so weiter. Aber das ist kein Problem. Als nächstes kam dann auf einmal der Franz von Holzhausen auf das Parkett. Und zwar, wer ist das? Das ist der Designer, der im Prinzip das Model S damals schon entworfen hat. Und ich finde den Typ sehr sympathisch, muss ich echt sagen. Der ist immer sehr agil auf der Achse. Und ja, er hat nochmal die ganze Geschichte von Tesla aufgerollt mit den Modellen. Das heißt, wie hat sich das die Glieder, Tesla Roadster, Model S und so weiter. Dann hat er auch klar gesagt, dass der Cybertruck dieses Jahr kommt. Also, ob es jetzt Ende des Jahres ist oder Mittelsjahres, das wissen wir nicht. Aber sie haben gesagt, dass er dieses Jahr auf jeden Fall kommt. Und ja, er hat dann nochmal erklärt, dass wir auf jeden Fall die Batterieeinheit, die Batteriezelle, das Paket, das Structure Pack muss mit als Karosserie verbaut werden. Um einfach das Ganze nochmal effizienter zu machen und die Ramp-Up, die Stückzahlen zu erhöhen. Und dann hat er auch einen Ausblick gegeben auf das Next Generation Fahrzeug. Und das, das muss richtig krank sein. Das muss in der Herstellung unheimlich effizient sein. Das muss auch in den Produktionskosten krank niedrig sein. Also, das ist Wahnsinn, was da auf uns zukommt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie schon mal mehr sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht schon mal ein Fahrzeug zeigen, einen Prototypen zeigen. Dass wir einfach schon mal eine Impression haben, ah, dahin geht die Reise. Aber ich kann euch schon sagen, dass ich vermute, dass das Next Generation Car, das kleine Fahrzeug im Prinzip von Tesla, nicht für den US-Markt ist, sondern nur für Europa und China. Das bedeutet, für USA ist dann nur der Cybertruck angedacht. So könnte ich mir das vorstellen. Und in den Twitter-Gesprächen habe ich das so mitgehört, dass die gar kein Interesse dran haben an so einem Kleinwagen. Weil das bringt nichts. Wenn ihr mal in den USA wart, ihr wisst selber, da bist du mit einem Tesla Model Y schon fast unter den Kleinwagen. Ohne Mist. Als nächstes wurde dann über die Antriebseinheit gesprochen, über die Powertrain, so heißt das in Englisch. Und da wurde auch nochmal klar gesagt, dass Tesla die effizientesten Autos mit am Markt baut. Das ist ganz klar. Und das ganz Wichtige ist, dass Tesla zu nahezu 100% die Produkte in-house baut. Da kommen wir später auch nochmal zu. Das bedeutet, egal ob es die Elektronik im Fahrzeug ist, egal ob es auch hier wirklich die Software ist oder auch Batteriezellen. Das wird alles in-house gebaut. Das bedeutet, Tesla hat selber die Hand auf die Kosten. So bei VW zum Beispiel oder bei anderen Herstellern ist es so, dass die von Drittzulieferern immer Teile beziehen. Wenn der nicht liefern kann, hat zum Beispiel jetzt VW auch das Problem, dass manche Bauteile einfach nicht im Fahrzeug sind und so weiter. Das gibt es bei Tesla nicht. Selbst in Corona-Zeiten hatten wir nochmal eine ganz kurze Zeit, wo im Prinzip die USB-C Sensoren gefehlt haben. Dann haben sie über die neue Drive Unit gesprochen, über die neue Antriebseinheit. Und die kommt ab jetzt dann wirklich auch komplett ohne seltene Erde aus. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach sensationell. Wir nehmen den Leuten, die jetzt gegen Elektroautos sind, immer mehr den Wind außen segeln, indem wir hier sowas liefern. Das ist krass. Als nächsten Punkt sprechen wir im Prinzip über die ganzen elektronischen Einheiten im Fahrzeug. Das bedeutet, da kam ein junger Mann aufs Parkett und der hat dann auch gesagt, dass so ein Elektroauto unglaublich viele Kabelstränge hat. Also das sind einige Meter, einige hundert Meter, die da verbaut sind. Und in den neuen Next-Generation-Fahrzeugen wird alles zu 100% in-house gebaut. Aktuell ist das noch zweistellig, der Prozentsatz. Und mit dem neuen Fahrzeug-Generationen dann wirklich 100% in-house. Das bedeutet, Tesla gibt immer weniger ab und hat alles bündelt dicht, nah beieinander. Da war zum Beispiel auch das Beispiel mit der 12-Volt-Batterie. Alle Hersteller fahren immer noch mit dieser Bleibatterie rum. Und Tesla hat gesagt, okay, wir steigen jetzt um auf die 14,8 Volt Lithium-Ionen-Batterie, die ja bei mir kaputt gegangen ist, wo ich im Dezember am 24. liegen geblieben bin. Aber egal, auch die Displays, hat er auch mal gesagt, die Produktionskosten, auch das Gewicht vom Displays wurde immer weiterentwickelt. Und jetzt ist man an einem wirklich kranken Entwicklungsstand, das muss man so sagen. Und sie haben auch schon mal angeteasert, dass der Cybertruck, der Optimus, also der Roboter von Tesla und das Next-Generation-Fahrzeug im Prinzip auf 48-Volt-Basis läuft. Das hat Gründe, dass Tesla damit simpler arbeiten kann und das ganze Fahrzeug dann auch noch mal günstiger wird. Kommen wir zum Punkt Software. Das heißt, auch da kam wieder, ich glaube, das war ein Inder, also ganz komischer Dialekt, habe ich kaum verstanden. Dann kamen Leute von der Software hoch, die im Prinzip nochmal erzählt haben, dass sie unheimlich, unheimlich viele Daten sammeln. Die Fahrzeuge, die draußen sind, also das bedeutet die Flotte, sammelt pro Tag 197 Millionen Kilometer und wir haben am Tag 1,9 Millionen Ladevorgänge. Das sind gigantische Zahlen. Also ich rede jetzt nicht vom Jahr, sondern wirklich nur von einem Tag. Diese Datenmengen müssen verarbeitet werden, um dann die AI zu trainieren, beziehungsweise die KI zu trainieren, dass die auch einfach sich weiterentwickelt. Nur, das stell mal auf die Beine, so viele Daten, die müssen irgendwie auch zugeordnet werden und so weiter. Also das ist einfacher gesagt als gedacht. Da haben sie zum Beispiel eine Karte eingeblendet, wo sie die ganzen Daten vom Luftfahrwerk, von Model S und Model X gesammelt haben, wo das immer hochgefahren ist oder wo das gemerkt hat, oh, da kommt starke Erschütterung und so. Also diese Karte wollen sie wohl jetzt auch bald veröffentlichen, da bin ich mal sehr gespannt. Außerdem, ganz krasser Punkt, wenn so ein Fahrzeug zusammengebaut wird, das sind ja auch hunderte Kabel, die irgendwo angesteckt werden und es kann passieren, dass so ein Kabel mal vergessen wird anzustecken im ganzen Prozess der Entwicklung bei der Produktion. Und die Software haben sie jetzt so programmiert, dass die im Produktionsmodus im Prinzip erkennt, ah, da fehlt ein Kabel und gibt dann direkt den Hinweis. Das bedeutet, das Fahrzeug wird gar nicht zum Endkunden ausgeliefert mit dem fehlenden Stecker, sondern das Fahrzeug gibt das Signal am Ende der Produktionslinie und sagt, hey, stopp, hier stimmt was nicht. Und das ist auch ein Teil der Qualitätsprozesse, des Qualitätschecks und das finde ich gut. Daumen nach oben, muss ich echt so sagen. Außerdem hat Tesla nochmal den Account, den Tesla-Account hervorgehoben. Das bedeutet, wenn ihr jetzt euren Sitz verstellt oder verschiedene Einstellungen einfach macht von Spiegeln, dann speichert er das ja am Tesla-Account. Das könnt ihr ja im Fahrzeug auch machen. Und jetzt geht Tesla dahin, dass wenn euer Fahrzeug mal kaputt ist und ihr einen Loaner, also einen Leihwagen bekommt von Tesla, dass ihr im Prinzip euch mit einem Tesla-Account anmelden könnt und das Fahrzeug wird, bevor ihr den Loaner bekommt, schon direkt auf euch eingestellt. Das ist auch eine coole Sache. Das bedeutet, ihr merkt eigentlich gar nicht, dass ihr in einer anderen Tesla drin sitzt. Das fangen die gerade in den USA an, in einigen Service-Centern. Da bin ich mal sehr gespannt, wann das auch nach Europa kommt. Kommen wir jetzt zum Punkt Full-Safe-Driving. Auch dort kam dann wieder ein separates Team nach oben und hat dann dazu was erzählt. Das bedeutet, sie haben die Geschichte des Autopiloten nochmal erklärt. Außerdem nochmal darauf hingewiesen, dass neuronale Netze für den Autopiloten zuständig sind und die jetzt wirklich täglich massiv mit Daten gefüttert werden. Das ist ganz wichtig und das krank ist, sie haben die Reaktionszeit vom Fahrzeug auf 50 Millisekunden im Prinzip reduziert. Das bedeutet, ein Ereignis vorne und die Reaktion des Fahrzeugs passiert innerhalb von 50 Millisekunden. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Und ja, die Flotte erstellt im Prinzip eine virtuelle Karte da draußen. Das bedeutet, die Fahrzeuge, das wisst ihr ja schon, durch die Kameras und so weiter, ja, trainiert ihr im Prinzip das Netz da draußen. Und je mehr wir fahren, umso besser wird das auch. Ihr wisst selber, Elon Musk sagte es schon bereits in 2018, Maschinen werden Maschinen bauen. So ist es einfach. Also da rede ich jetzt nicht vom Bizep oder sowas, sondern wirklich, dass der Optimus wird irgendwann soweit sein, dass er im Prinzip die Teslas mitbaut. Das heißt, gerade hier so einfache Angriffe, Schrauben und sowas, das kann alles schon dann der Optimus übernehmen. Und da gibt es auch eine schöne Grafik, die blende ich euch gerade mal ein. Die haben sie in der Präsentation gezeigt. Das bedeutet, sie soll einfach sein, dass Optimus irgendwann A, auf dem Mars ist und dort die erste Stadt schon mal mitbaut und B, natürlich dann auch die Fahrzeuge in der Produktion mit unterstützt. So ihr Lieben, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich das Supercharger-Netzwerk. Und zwar, da sind wir uns glaube ich alle einig, das ist einmalig auf der Welt. Und wir sehen auch jetzt, dass im Prinzip Tesla immer dran ist, die Routenplanung zu verbessern. Das haben die auch nochmal betont. Das bedeutet, es werden verschiedene Daten einkalkuliert. Ist der Supercharger vielleicht gerade belegt, dann muss ich den Kunden, den Tesla-Fahrer woanders hin navigieren und so weiter. Also das ist sehr interaktiv schon, finde ich bisher auch sehr gut, muss ich sagen. Also, dass er mich fehlleitet oder sowas, das hat sich stark reduziert. Das Supercharger-Netzwerk wird jetzt hier gerade weltweit, kann man sagen, geöffnet, auch für andere Elektroautofahrer. Das heißt, auch in Europa werden gerade die ersten V4-Supercharger gebaut. Die haben jetzt auch ein längeres Kabel dran. Das bedeutet, dass man auch Fahrzeuge laden kann, die keine Tesla sind. Daran denkt Tesla jetzt und in den USA haben sie jetzt auch das Lade-Netz geöffnet, haben halt dort nur das Problem, dass Tesla einen eigenen Stecker hat. Das ist so ein ganz schmaler und die meisten Fahrzeuge in den USA, die nicht Tesla sind, haben CCS, wie bei uns in Europa. Und da hat Tesla im Prinzip so ein, wie habe ich es genannt, Magic Dock. Was, blende ich euch gerade mal ein, was im Prinzip dann helfen soll, dass sozusagen, ja, die Tesla-Fahrzeuge an die Supercharger laden können. Weil die werden jetzt alle umgebaut auf CCS, spannende Geschichte, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Priorität Nummer eins ist aber, dass wir das Supercharging-Netzwerk nochmal massiv ausbauen. Eine Kuriosität möchte ich noch einbringen und zwar blende ich euch gerade mal ein Bild aus der Präsentation ein. Da sehen wir einen Homecharger. Das bedeutet, ein Ladegerät für zu Hause und das sieht aus, als ob es wireless ist, das heißt kabellos. Und was hat es damit auf sich? Wir wissen es nicht, es ist eine Spekulation. Ich will es euch ja auch nicht vorenthalten, deswegen blende ich es euch gerade mal ein. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt und zwar kam da ein junger Kerl auf die Bühne und hat uns erklärt, dass wir als Endkunde ja immer nur ein Endgerät sind. Das bedeutet, wir sehen jetzt hier nur den Laptop oder wir sehen auch hier bei Tesla ja nur den Bildschirm oder diese neue Hardware 4. So, aber das eine Bauteil besteht wiederum aus vielen kleinen Bauteilen. Das bedeutet, ja, das ist eine unheimliche, das nennt sich Supply Chain, das bedeutet eine Produktionskette, die funktionieren muss. Das bedeutet auch, die Gigafactories müssen immer gefüttert werden, andauernd mit Ware. Und das alles auf die Beine zu stellen, dafür gibt es ein separates Team bei Tesla und bisher machen die einen super Job. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den Gigafactories. Aktuell haben wir vier Stück, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, das bedeutet in Europa, USA und in China und wir sind aktuell dabei, das viertmillionste Auto zu produzieren. Das heißt, wir haben jetzt schon bei Tesla vier Millionen Fahrzeuge produziert, das ist gigantisch. Das ist richtig krank. Dieses Ramp-Up, diese Kurve, die geht jetzt gerade richtig steil. Ich bin sehr gespannt. Allerdings, zwei neue Sachen. Erstens, es gibt eine neue Gigafactory in Mexiko, das haben wir ja eingangs schon mitbekommen, plänze ich euch gerade mal ein. Außerdem wird es eine neue Batteriefabrik geben. Die wird in Texas auch gebaut werden. Das bedeutet, endet es ja, Harris, ich denke mal, was haben sie gesagt, Ende 2023 wird die zur Produktion zur Verfügung stehen. Und dann gibt es auch nochmal schön hier mit den Batteriezellen einen Ramp-Up. Und ja, da wird die 4680 dann wohl gebaut werden. Also es gibt auch eine Grafik, die plänze ich euch gerade mal ein. Da seht ihr deutlich, dass dieses Gebäude im Vergleich zur alten Zelllinie viel kleiner ist. Und das ist auch gut so. Das heißt, wurde wieder einiges verschlankt und verbessert. Und ganz wichtige Information ist, dass zum Beispiel die Giga Shanghai 45 Sekunden braucht, um ein Fahrzeug zu bauen. Wow, oder? 45 und nicht mal eine Minute. Jede Minute im Prinzip läuft da wirklich ein Fahrzeug vom Band. Das ist krank, das ist einfach krank. So, ich babbel ziemlich viel heute, aber das muss auch sein. Ich will euch die Information auch mitgeben. Und jetzt kommen wir aber langsam zum Ende. Das bedeutet, wir reden jetzt nochmal über die Megapacks, über die Tesla Energy, über die Tesla Energy-Bereiche im Prinzip. Die Megapacks, die kennt ihr ja, das sind im Prinzip riesige, wirklich gigantische Speicherlösungen, die dann im ländlichen Raum oder auch für die Versorgung mit Strom bei Nacht für Städte zum Beispiel da ist. Und da haben sie auch nochmal einen Zeitstrahl eingeblendet, den ich euch auch gerade mal zeige, wo ihr am Ende, wenn ihr mal ganz rechts guckt, dann seht ihr, dass da zwei neue Produkte abgedeckt sind. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Ich kann euch dazu nichts sagen. Vielleicht ist es wirklich auch eine, ja, ich sag mal eine Wärmepumpe für den Hausalltag. Wir wissen es nicht. Da kommt auf jeden Fall was. Andere coole Sache, die ich euch auch gleich mal anzusagen möchte. Dadurch, dass wir gerade im Sommer in Texas Sonne haben ohne Ende und die Megapacks dann natürlich nachts voll sind, gibt es jetzt ein Abo-Modell, wo im Prinzip gesagt wird, dass für 30 Dollar im Monat können die Texaner ihren Tesla laden, zu Hause. So, das ist eine coole Sache. Unlimited, das heißt eine Flatrate wirklich. Die können so viel laden, wie sie wollen. Und das finde ich eine echt coole Sache. Das bedeutet, wir kommen Schritt für Schritt wirklich zu dem Punkt, wo dann Tesla im Unterhalt nochmal deutlich günstiger wird. Und außerdem blende ich euch auch nochmal eine weitere Grafik ein, wo dann nochmal gezeigt wird, wie das Ramp-Up, also dieses Durchladen mit Megapacks, wo wir da eigentlich stehen und wir sind erst wirklich am Anfang. Das bedeutet, da kommt diese Kurve erst noch, wo dann wirklich eskaliert wird. So, und der letzte Punkt, der richtet sich einfach nochmal an die Finanzen, an die finanzielle Situation bei Tesla und die ist wirklich, man muss sagen, sensationell. Also für ein Startup, was es damals war, zu jetzt, wo wir 2018 fast, ich sag mal, pleite gegangen sind, zu jetzt ist das, wir haben eine blühende Zukunft. Das muss ich echt so sagen, wer Tesla-Aktien von euch hat, haltet sie. Das kann echt nur besser werden. Und ich blende euch gerade mal eine Grafik ein, was die auch gezeigt haben. Und zwar drüben, auf der rechten Seite steht was von Dividenden. Das bedeutet, wir könnten vielleicht echt irgendwann an den Punkt kommen, dass Tesla uns auch pro Aktie eine Dividende ausschüttet. Das macht auch nochmal ein gutes Signal an den Investitionsmarkt, weil das bedeutet eine Robustness. Das bedeutet einfach, dass wir sehr gut bei Tesla finanziell aufgestellt sind. Aber man muss auch klar sagen, dass auch hier, hat der Kollege von Financial auch nochmal betont, dass viele Investitionen in Zukunft nochmal notwendig sind. Und ja, in diesem Sinne war es das auch. Das war der Masterplan 3 im Prinzip von Tesla und Elon Musk. Ich persönlich als Endkunde war von dieser Präsentation ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir gewünscht, okay, ich sehe jetzt endlich mal einen Cybertruck in der finalen Version. Ich sehe jetzt endlich mal im Prinzip ein Model 2 oder einen Kleinwagen von Tesla. Was sehr interessant war, war die Grafik wirklich, wo sie rechts nochmal die beiden Modelle hatten, die abgedeckt waren. Das bedeutet, ich vermute das Robotaxi und der Kleinwagen von Tesla, 700 Millionen, das kommt echt gut hin, weil das wird ein Massenauto. Das wird einfach ein Massenauto. Was mich nur ein bisschen wundert, auf der Grafik sehen wir keinen Roadster 2 mehr. Der ist komplett verschwunden. Der ist bestimmt schon auf dem Mars. Ich weiß es nicht. Aber der fehlt komplett in der Grafik. Wundert mich echt ein bisschen. Aber lassen wir uns überraschen. Und ansonsten, ja, ich hoffe, ich konnte euch einfach ein bisschen mitnehmen. Halt die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Halt die Ohren steif !? Halt die Ohren steifung. Untertitelung des ZDF, 2020